Ah, ich kann kein Hallo machen. Ja. Kannst du derzeit noch mal weggehen? Stark. Du schon? Nein, ich kann nicht. Das haben wir alles probiert. Gell? Stark. Stark. Also Weiß. Jetzt kennst du dich. Weiß, wo war ich? Weiß, Lina. Du bist das Weiße, ja. Weiß, Lina. Weiß, Lina. Du bist das Weiße, also. Ich bin das Kipp-Allo. Wo kommt sie ja da? Auch hast du da kommen. Ja, um. Weiter los. Nixens. Einer Widerze. Ja, ich bin wieder ohne. Wer ist, wird der Sandmann? Wann ist das Sandmann? Ja, Wann ist der Sandmann? Ja, das Sandmann. Ja, das Sandmann spielt lustig. Genau. Schweiß. Das habe ich mir. Kenne ich ja wieder. Ich komme an Bremsen. Wann waren wir nicht. X... LPA. X ist das Gegenteil komplett. Ja, und jetzt reißt es wieder. Der Sandmann wird natürlich ja nicht vorn. Weil der kommt hinter mir. Sind es von zu? Wer es nicht schafft! Wer es nicht schafft! Das gibt's doch nicht! Der Hobbie ist und der das Schaff ist! Schafft er's! Jetzt kann ich die Strecke! Ach geil! Zwei! Wenn der Minzen nicht total ausgehaut, dann würde ich nicht sein! Der Staat entschuldigt! Der erste! Dann geh ein Scheiß-Wichser! Zwei! Du warst ja noch vorweg! Ein Gabelmesser! Der Gabelmesser tot! So, jetzt bin ich so ein Grinner! Gemesset werden auch mal die Urhege! Ich hab den Hupen eigentlich! Ich hab den Hupen eigentlich! Ich hab den Hupen! Wui! Das ist aber schlecht! Hupen! 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 Okay! Na natürlich ich! Ja! Ich bin! Ich bin! Ich bin! Hupen! Körner ich habe bei der Asselnummer um mich vor allem ist es der dritte an dem Spiel der Stiftung noch mal sie ist sicherlich immer in Ordnung das ist ja das ist vor allem muss es der Eisbus das ist ein bisschen anders Zeitstrecke, hast du noch irgendeine Unterführung gemacht? Ja, in Entlaststrecke. Du stehst bestimmt nicht rein. Was Entlaststrecke? Ach geil. Zu einer Pfunde. Das war's gleich. Ja, wir sind jetzt in der Schule. Ach, Schule. Ja, da ist die Studschule. Ja, da sind sie doch gleich nicht alle. Der Zucker ist so weit. Gleich ist es sowohl Hupenäuser, wie Schleifens. Das macht's besser, oder was? Hm? Das macht's besser? Das macht mich cooler. Besser. Besser? Das ist alles cool. So, was ist meine Lüge vom... So, was? Das greift, ich bin schon mal gehört. Nein, mit 4, ich bremsst mich. Was hat er gesagt? Geil ist es, was wir schon brauchen. Wie? Das ist nicht dein Hack, nein, das... Okay. Jetzt natürlich, erinnert euch das mit dem nächsten. Soll ich nicht mal umfallen? Das merkst du bloß nicht, was er sagt. Oh. Warum? Nein. Was schicke. So, jetzt werden wir ja passen. So, wenn du noch mal Nütze schleudest. Die Störerung. Fix auf. Furt's noch zu klein geworden. Soll ich wegfurt's? Nein! 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 Ja, ich bin jetzt nicht... Nein, der Tom ist halt weggezählt. Ja. Sieh mal 2, ging. Der ist nur ein Ding auf die Stücke. Ah, 2! Okay, was war das für Ausstieg? Das haben sie alle gekaut. Oh. Ja, wenn der Tom ist bloß aufs Handy schaut, dann ist schon klar, dass er verliert. Sagst du was, Wiener? Der Tom ist ja so gewinnst nie. Ja. Danke, wer jetzt heute will. Wie geht es jetzt? Mein letzter. Wer ist schuld? Ja, wer ist schuld? Das ist die Frage. Na, was geht's? Das ist die Ursünde. Was machst du hier? Mach mal die jetzt halt nicht. Weil wenn der Sprinter soll spannen oder was? Weil der... Weil er letztes mal nicht abgehauen hat, die mit 8 Gramm hat, dass er einfach hinkommt und wegschaut. Während, wenn die Apar machen wir in der Verstattung. Jetzt darf's nicht mehr. 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 Das darf's nicht mehr. Jetzt darf's nicht mehr. Jetzt darf's nicht mehr. Mama! Gebt mal nicht mehr abgehauen. Da hast du mal was mit in der Schule gegeben, im Physiksaal, mit den Bouncer, das war cool. Ja, zwei verschiedene Strecken sind das. Ja, dann da mal wieder eins. Ja, das wollte ich jetzt gerade einstellen, oder Sandburg, wenn wir gerade schon da sind, oder Bouncer-Dau und Eiswagen-Dau. Wenn ein Bouncer-Dau, das bekomme ich nicht. Da gibt es keine Strecke. Bestimmt. Ja! So lange man sagen, dass man nicht hundertmal gespielt hat, das geht nicht. Die Spielkinder bitte Start drücken. So, bestehst mich da. Ja, und ja. Scheiße. Boah, ich drück schon wieder. Ja, ich hab schon wieder auf Analog-Stick gelenkt. Das läuft einfach nicht so gut. Wäsche ist mir. Kreis. Boah. Das ist immer so schlimm. Hauber. Nein, 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 nein. Da bin ich. Scheiße. Ja, danke. Das ist mega. Danke. Frei von hart weekly. Ach, danke. Danke. Danke jetzt auch auf dich. Danke. Ja, dasirschen. Jetzt wollen wir dich! Scheiße! Ach ja, jetzt hat der eine gewohnt! Bis wieder! Das ist toll! Ich bin schon wieder hier! Das ist lehm! Komm, stirbt mal, schon lebt mal wieder! Aber umdreht! Ich weiß nicht, ich mach zu voll lenken! Ich muss das gegenlegen! Ach, Asbücher! Boah! Nein, 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 nein! Scheißkombel! Nein, was an dieser Zeit? Ja! 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 Der Player 1 ist der Player 1 Bonus! Das ist der Wahnsinn! Wenn ich den Cheat reingehe! Boah, der Monsterkugel ist jetzt gegen eine Möhrchen! Ja, ich bin ja... Was ist denn das für gelbe Substanz? Scheiß doch! Ja, ja! Ja, natürlich! Ja, gut! Die war gut! Die war gut! Die war gut! Vor, vor, vor! Ja! Ja! Ein Guter! Ja! Sind sich schon wieder ganz gut gefallen? Ja, ja! Warum hat sie jetzt nichts zu wissen wegen dir? Ja, schau dir auch noch! Vor allem mir zeigt's 2 und ihr! bloß oder erst durchschossen werden geschossen wir haben geschossen schluss die weltweiten der rutschen was sie gut ich will nicht nur es ist wird so gut das ist die gewisse ist das ist sinnvoll neuer ist das Dann haben wir... Oh, das ist dein Streck. Aber fix deine Wache muss noch ein. Ja, das ist ganz unmauffällig. Vielleicht sieht man hinten an. Irgendwann hast du einen Schwanz im Arsch. Oder den Finger. Jetzt reißt es halt einfach. Nein, dann zreißt es mich. Dann bin ich wieder auf der Strecke und dann zreißt es mich. Ach geil. Wer wollte es sein? Du bist einfach zu aufstrebend. Zu kühn. Wenn ich wieder auf der Strecke muss ich mich nicht zerrissen. Jena auch. Oh, fuck. So, ich kann doch vor euch zerrissen. Ja, dann ist schon wieder auf der Strecke. Ich muss mich nicht zerrissen. Ja, ich weiß nicht, ich frage mich ja die Dinger. Zeißt es mich. Ja, wir sind einfach so weit. Beim Abgrund, Simon. Beim Abgrund. Beim Abgrund. Ja, jawoll. Weiterfahren und einfach weiterfahren. Ey, ich glaub da gibt's Minen. Ich hol ihn mir jetzt. Na, na, na. Na, na, na. Das ist der Heimann. Das ist der Heimann. Scheiße, ich bin falsch gefahren. Scheiße. Nein. Gut, dass wir den nicht aufgespült haben. Okay, jawoll. Das ist der Heimann. Das Tanzen ist schuld. Das ist der Heimann. Wir können sich nicht mehr an. Ja, da haben wir, da haben wir, da haben wir, da haben wir, da haben wir. Ja, jetzt hat er... Nein, 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 nein. Das war zufällig. Nein, voll gut. Das jetzt. Ja, sonst g's vielleicht einmal, dann sind das nur noch... Nein. Das war gut, ey. Scheiße. Blöd auf den. Ich mach dir auch. Juhu. Ah, ich... Au. Äh, ich hab nicht gehabt. Warte, 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 warte. Nein. Ich bin an einem Keks gestorben. Ja. Ich bin an einem Keks. Ich bin an einem Keks gestorben. Ich bin an einem Keks gestorben. Jetzt machst du dir Turbo. Wann hämmerst du den nicht? Bist du nicht hämmerd? Ich mach nur ein bisschen hämmerd. Ja. Jetzt soll ich da teilen mit dem Hammer. Das ist nicht hämmer. Wie ein hämmer, sondern hämmer. Der MC-hämmer? Ja, halt da kurz in der... Hämmer. Ja, ist abgezogen. Wollen Alpokir, wie immer? Was, was an einem Keks? Kannst du ja den Keks gestorben? Ähm, olden Alpokir, blackgrade. Nan. Du kannst ja den Bericht machen. Du kannst ja den Bericht machen. Ja, ich hab mich zuerst g's gestorben. Ah, nah. War ihr der Keks gestorben? Was soll denn der Scheiß? Wesen ist er denn? Ja, wo wofürst du den? nach oben es hat doch keinen Zweck wer darf sanzen ja eh ich würde nicht sterben der Antwerp Boah, war das so gut und sterben? ja der war echt sterben, muss gestorben werden nein, du ja Kräger, oh der Scheiße, der zu holt dir ja schon da hat sich wieder sanzen so ein Penner, boah, einfach mal am Eko mich geschossen am Samsten das ist gar nichts mit mir, oder? was Nitro? der Jetro der Jetro, oder? Jetro ja, natürlich, kann ich nicht mehr du stimmst, aber warum bin ich so gestorben? du hast sogar Kekse, oder? ich weiß nicht, was das Kekse ist Bescheid, du musst gewinnen ja, du musst gewinnen mach es tot Du bist, ich bin ja, was machst du jetzt tot? mach es tot Wach es tot Mach es tot kann ich nur, den Barsie-Junst Ja, du hast ja Barsie-Junst ja, ich weiß nicht, wenn du den gewinnen und der Simon nicht gewinnen Kekseid, ich bin ich also, der hat, äh, das sind ja eigentlich dann sind wir jetzt gewinnen sind sie so noch mal gewinnen ja, ich weiß noch, ich weiß noch ich weiß noch, ich weiß noch, ich weiß noch ich weiß noch, ich weiß noch, ich weiß noch das ist gut, aber jetzt war da kukula, erzähl scheid schon, ob kommt Da kommst du mal an den Kurven an? Ja, schon mal. Das war ja ein Club Queen weg. Oh, Club Queen. Ich hab schon wieder gewonnen, ne? Ich hab meinen schon wieder der schönsten Wahnsinn. Geht's? Ja, du hast schon wieder gewonnen. Ja, du hast schon wieder gewonnen. So, du hättest mal gewonnen. Und du kennst in der Wind im Hintergrund? Was ist das? Kennst du in der Wind? Das Linde? Linde? Das Linde vom... Das Linde. Der Linde Hosen. Danke, Sansen. Bitte, dass du kein Winzer. Soll ich jetzt mal verloren? Ich will es Ihnen genommen. Jetzt erst... Du hast nur Plastasi, dann kann ich keine Kunstaberei... Du kannst ja alles weghauen, aber kein Glaser. Du kannst irgendwie fast in der G-A2 oder so. Dann hast du's nicht mehr. Huh! Du wachst das einfach ganz schnell. Nein, endlich ist es weg, oder? Jetzt... 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 Da hat alles Haut auch noch mal gehauen. Warum bin ich jetzt gestorben? Auf einmal bist du weg! So, jetzt gibt's Kopf von Kopf. Jetzt... Jetzt irgendwas zu holen. Zugebracht, mal zu. Okay! Du wichst, eh. Ich soll jetzt so... Ich kann zu nicht kommen. AAAAAAAH! Ah, was noch? Du warst... Du warst... Ja, das hat's noch gern, du... Jetzt ist kein Problem. Aber wir spacing jetzt damit. Ich! Oh, da... contributed. Nein! ja also es wird er gespürt sagt sein ich finde auswesend das ist die sind produktiv in Tomas die St und für die Hälfte so sie in der Hälfte das ist schwer Nein! Scheiße! Ich wollte das selbe in meinem Wort bloß nicht vorn, aber du fein anfangst Jetzt geh jetzt, aber jetzt bist du tot! Wofa, du stirb'n, Alter! Mine! Was für Mine? Du hast ja auch kein Minen! Wo hast du denn jetzt noch eine Minen hier? Ja, du hast jetzt Kraft! Ja, ja, ja! Extra abgenommen! Das ist ja irgendwie erst mal ein Hauptminen Minibite Time Shooter ist Kann ich sein? Ja, genau so! Wenn ihr uns Minibite bei Splinter seid Splinter Das würdest du auch mal mitspringen Ja! Wollt ihr mal mit? Wollt ihr mal mit? Wollt ihr es einmal jetzt nicht mehr? Oh! Das ist viel Spaß kann ich sogar sein Hä? Ist die auch wirklich nicht mehr Spaß? Hast du meine Couch? Ja Geht's an mir? Ja, aber ist das ein Weiß? Ja, weiß ich will Machen wir da noch eine Nice Mache oder nicht? Nein, das würde ich nicht Ich will das Taichnose blöch Machen wir ja schon mal die Sand packen? Ja, machen wir halt noch 2, 3 Mach's aus 2, 3 Ja, ein Sand still mir mal Ein Sand vergaes Ich war wirklich zu was ich sehe Du sagst im Grunde Du gehst auf den Oberauffang und dann ein Und dann kannst du ausfahren Fajala Hm Ist das wo da hinten bist? Hinten? Da fahren da drüben Deine Stoß! Da Walter! Walter! Von der hoch! Jo! Let's go! Jo! Und ich spiele dort! Ich spawne einen Moment! Warum respawne ich nicht? Sonst ist einfach extra nach links gefahren! Ja! Ja! Wir sind gleich mit dem Anbogen! Ich höre noch nicht! Ah, da muss ich schon wieder mal mal geschehen! Ich denke, man wüsste ja eigentlich! Hey! Gut! Ja, ich bin André! Ich bin die Kugel! Ja, geh wieder zu! Galbi und eine Kugel! Galbi und eine Kugel! Oh Gott! Die hat nicht geschossen, ganze Hand heute! Harte Sandboot! Nein! Nein! So! Ja, ja, ja! Hurry up! Nein! Ja! Dann... Dann... ...häh! ...häh! Mehr fassen, aber da geht Ölgeschubstwürf! Ja! Was war jetzt das? Warum sind wir gestorben? Man kann da runter gehen von der... äh... ... äh... Gasschen-Taste! Nein! ...häh! Komm mal! Wollen wir mal was in dem machen! Ah, scheiße! Hypercola! Hypercola! Bin ich wieder! Die Schwester, da ist schon gar nicht mehr mit! Nein! Komm, 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 komm! Nein! Ich bin da wieder der Wind! Ja, ja, ja! Ich hasse deinen Frisbyschein! Ich hasse deinen Frisbyschein! Immer im Bild! Du weißt ja was nicht, kann man ja die Scheine bremsen! Nein, die Scheine bremsen! Die Scheine bremsen! Müff... Nein! Pöller! Nein! Du weißt ja... Ach! Rechtschüsste! Bauen! Hey, ich wollte jetzt gut schauen, So zweifelig, mach weiter. Ja, die zwei da hinten rüber und das nicht gemacht. Ich fahre ich mal zu stören. Ich fahre ich zu stören. Ich fahre ich zu stören. Nein, ja, gell, gell. Jetzt bist du aber hin. Nein. Das war meine einzige Chance. Oh, du holst mich. Nein, nein, nein. Ich muss einfach bloß Worten. Oh, ich bin ja was. Ich glaube, nein, nein, nein. Das geht so nicht. Hey, immer will ich auch nicht schon von der blöden Drecksgut. Kann man jetzt einigen? Genau wie Furt zieht mich, ja. Oh, ja. Was? Hupf. Du hast dich mit dem Wohlab wie abgesägt. Hupf. Oh, ja. Wacht das halt da hin oder? Schlecht, schlecht. Wacht nicht. Ich bin durchgefahren. Ja, aber du weißt im Grunde, du bist bei der Sandburg auf dem Worten. Ja, sag's ihm was. Da ist weiterfahren. Das geht's euch! Alter! Schafft er nicht, schafft er nicht! Schafft er schon, schafft er schon! Aber du musst euch beschleunigen, beschleunigen! Weißt, weißt! Alles Koppelzauber, oder? Was? Kommst du da drauf, da drauf? Na gut! Soll ich schau, ich soll extra gut hin! Ah! Oh, Domi! Komm schon zu legen! Jetzt will man abkürzen, oder? Ah! Nein! Das kann ja nicht! Ja, ich soll mich nicht erwischen! Warum? Da ist es nicht! Ja! Arsch! Okay! Okay, voll doch weg! Scheiße! Ah! Oh, das fängt zu gut zu klein! Weil das wär's nicht zu geil, wenn ihr dann gleich nochmal das Ding gekriegt hätt! Fuck! Jetzt hat er es nicht zu klein! Ah! Der steht, lieb! Fringzen, sagen's nur um! Einzelner Bonus-Wilder, der auch mal so schräg eigentlich kann ich nicht los! Du, 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 du! Ey, warte, 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 warte! Boah! Mein! Das ist ja fremdgehämmert, oder? Man hat nicht gehämmert! MC! MC! Warte! MC! Warte! Na, scheiße! Ich bin gleich gefreckt! Warte! Na, du wahrscheinlich! Sonst wird ne Quinter! Sonst wird ne Quinter! Sonst wird ne Quinter! Sonst wird ne Quinter! Ja, du schaffst es schon! Quint! Du schaffst es, dass es dann noch quint! Entschuldigung, Ecki! Und du weißt! Wird eigentlich voll! Wo ist denn der Quinter? Ist doch schlecht, du! Wo ist denn der Quinter? Warum zweißt es mich? Ich bin der Erste! Ich hasse dich schmuck! Ich hasse dich schmuck! Ich hasse dich schmuck! Na, so mein Helt! Ich mocks mir! Weil ich's wieder ruhig aufspach! Ah! Was ist sowas, Manni? Der Dreckskasten... Ja, der Dreckskasten... Ja, der Dreckskasten... Ja, der Dreckskasten... Ja... Hicks!